Zum Hören von Männern gehört mehr als Magie, Avernus. Ich werde Sie daran erinnern, dass Sie Wächter sind. Äh, kann ich jetzt überspringen und einfach weiterlaufen? Dankeschön. So, hier waren wir stehen geblieben. Der vorne labert jetzt zwar noch, aber das ist mir gerade mal egal. Ähm, mache ich erstmal den Arcan Schreckenplan. Wumms, der mich erstmal umfähigt. Und ich habe ein Level ab. Sehr schön. Räums, 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 und räums. Äh, so, Level ab. Da ist jetzt die Fraps, also ein bisschen drüber, naja. Äh, weiterhin... Oh, das Geschick weiterhin. Ich glaube, Geschick. Äh, machen wir es mal so. Weil... ich brauche im Maximum 36 Geschick später. Der Wirbelsturm oder ist die Waffenkenntnis? Hm... Äh, ja, ja, ja. Trefferchance erhöht. Was natürlich bei meinem Doppelschlag... ...nichts bringt. Oder hatte ich das schon ausgeklammert? Moment, Doppelschlag. Nein, den müsste ich dann... Ich mach mal den Wirbel, komm. Kann ich den einfach so machen? Ja. Oh, warum nicht? Äh... Ja, komm. Stolze und aufregte Männer. Keinen Schritt zurück. Bist du fertig? Lieber sterbe ich. Oder hab ich das jetzt übersprungen, automatisch? Nein, hab ich nicht. So tapfer, obwohl sie am Verhunger sind. Wir machen das gleich wie eben. So, einmal übersprungen. Einmal F5 zum Speichern. Dankeschön. Darum sind Skelette. Da ist eine Notiz. Äh, Brief an... Ben. Der Arkanischatten ist natürlich zum Skeletzerfallen. Warum nicht? Eine Kettenrüstung und ein Topaz. Ähm... Warum hab ich grad Skelette gesehen? In dem Gang da oben. Was haben wir hier? Wächter. Kommandant. Äh, ich hätte gern alle und alle auf ihn. So. Rems, 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 Rems. So, jetzt du. Also erstmal... Hallo? Sex. So. Ich sehe nichts. So. Äh, er schwebt. Mal sehen. Der Skelettwichter. Wie ihr meint. Noch nur Notizkommandans. In der Bitte eines Kommandanten. Ich komme jetzt gar nicht dazu, alles so schnell vorzule- Erlaubt ihr? Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ja, könntest du? Ja, könntest du? Kannst du? Bitte? Eispfeile. Ja, warum nicht? Und ich hab das wieder vergessen zu aktivieren. Dankeschön. Dann haben wir hier noch einen Waffen-Ständer. Körperlicher Widerstand. Hm, das ist was für Alice da. So. Der knarzt hier überall unglaublich. So. Dann wollen wir mal in den nächsten Raum. Und in den nächsten Kampf? Nein, nicht. Dann wollen wir hier rein. Hier haben wir eine Truhe. Sieht ohne Verschluss. Wollte ich gerade sagen. Schon wieder ein Rekrutenschild des Wächters. Hm. Vielleicht brauchen wir das später noch. Leider können wir nicht klettern und da oben durchsuchen. Okay, da kommen wir nicht rein. Da aber ein kleiner Frame-Einbruch. Da steht einer. Buch des Archivars. Und der Archivar selbst ist auch da. Dämon. So, der Archivar. Jetzt kommt der Archivar mit ins Spiel. Das spürt ja zufällig die Dämonen. Dann muss ich denen nämlich Platten machen. So, jetzt kommt der Archivar. Rammes, Rammes, Rammes. Das war der Archivar. Und die Skelettwächter machen gar nichts. Verletzungsausrüstung. Okay. Ein großer ist verbrannt. Und du kannst es hier und da warten. Der Lesnar war nicht verständlich. Die Tür wird nicht halten, Archivar. Ich bin fast fertig. Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Warum ist das wichtig? Wir sind tot. Unsere große Rebellion. Zum Greifen nah. Und dennoch nur eine Todgeburt. Wir hätten das niemals tun dürfen. Wächter sollten sich nicht gegen Könige und Prinzen stellen. Sollen wir untätig dabei stehen wählen? Noch eine Rebellion? Was hat es mit dieser Rebellion auf sich, wenn das Buch nur nicht verbrannt wäre? Wir können nur hoffen. Weil bis jetzt weiß ich nicht wirklich, wofür die Wächter einstehen. Wie ihr meint. Ich weiß nicht, ob ich die später wieder brauche, dass die Wächter mich nicht angreifen. Komisch. Weil die anderen Preskelette... Ja, warum denn auch nicht? Die Quiz ist aktualisiert. Was war das denn? Ich finde mehr über die Geschwichte... Okay, das ist nochmal zusätzlich. Und er ist... Das finde ich auch nicht schlecht, dass er dadurch aufsteigt. So, eine auf Kunst. Die zwei auf St... Obwohl, ich mach mal drei auf Stärke. Weil er muss Stärke haben. Dafür mache ich erst Level 12. Ähm... Er braucht ja noch ein bisschen Geschick, ne? 26 Geschick. Auch am mindestens für die Schildbeherrschung. Gucken wir mal... Machen wir erstmal einen aufgeschickt, damit ich da nach und nach nachziehe, damit ich hier auch Schildbeherrschung meistern kann. Äh, drei miteinander nach seiner Versuch beim ersten schönen normalen Schauen, der letzte Schockerfolge. Zehn Kritschentreffer und außerdem ist der Bogenbewerb in der Prüfung. Mhm. Schild, weil in diesem Modus... Obwohl, der Kreatur hat zu, dass er zu Schauen ein deutlicher Bonus... Schausgeschoss und ob zu Werner hält Schildbeherrschung... ... die Mogen gegen direkt den... ... die Mogen gegen direkt den Herstellen... ... und dann Brumse auf die Verteidigung. Ähm... Ich mach mal überwinden, damit er eine weitere Angriffsattacke erstmal hat. Warum kann ich... Kann ich wie es säubern nehmen? Ach ne? Ja, konnte ich. Ähm, aber möchte ich ehrlich gesagt aktuell nicht... ... nochmal überwinden. Überwinden. Das muss ich genau jetzt nur in sein Taktikfeld damit einarbeiten, sonst bringt mir das nichts. Aber ich werde immer gucken. Verteidiger. Ah, überwinden. Schildhammer. Ja. So ist das schon ganz okay. Ja, das brauchst du jetzt aber nicht so dringend. Guck lieber mal selbst, wenn deine Gesundheit kleiner als 10 ist, dass du dir dann erstmal in Hallen... ... äh, dass man... ... nur Wundumschlag reinpfeifst. Das finde ich immer sehr wichtig. Warum greifen mich die Leichen jetzt nicht an? Naja. Auf zum nächsten Stockwerk. Vase. Das Leuchten kommt mir sehr merkwürzig vor. Ja, da liegt auch irgendwas auf dem Boden, was wahrscheinlich gleich zum Leben erwachen wird. Oder eine Cutscene. Oder eine Cutscene. Lasst sie für jeden Zoll bezahlen. Die Flanke halten. Arvernus, wir brauchen euch. Relate progresso citan des Petron. Bei andrastes Blut. Was? Mehr, Arvernus. Was es auch kostet? Meine E-Ei-Meng-Fotos, bitte. Auf sie! Los jetzt! Voran! Nein! Ich befehle euch, bekämpft die Männer des Königs! Na, so viel Tod, Leid und Wachter, Blut. Ihr Schneider ist zerrissen. Eure Seele ist mein, Arvernus. Akolyton, zieht euch zurück! Die Schlacht ist verloren! Arvernus! Was gerade geschah? Oh nein, schon wieder kämpfe! Dämon des Zornes. Dämon des Zornes. Was zur Hölle? Toter Wächter. Ich wäre dafür, wir machen erstmal die Wächter platt, weil das sieht nicht so gut aus, was die da machen. So. Okay, so. Weil ich finde sowas immer sehr auffällig, wenn... ...gegnerische Charaktere in einem Kreis stehen und dabei irgendwas mit ihren Händen machen. Finde ich doch immer sehr merkwürdig. Und warum bin ich Alistar? Verdammt! Räumtnis, Räumtnis... Äh, das... Das Räumtnis... Ah, die bespören Dämonen! Sehr schön, und heilen ihn! Sehr schön! I have a problem! Was passiert, wenn ich ihn töte? Geht dann auch der Dämon weg? Macht man bitte den da. Du... Ähm... Du brauchst was... Äh, Stärkeres. Ja, du nimmst den da. Bei dir sollte ein Schwacher reichen. Ich hau mir auch mal einen Schwachen rein, danke. Wow! Nicht gut! Was zur Hölle? Ja, das ist verloren. Ja, das ist verloren. Äh... Das, wenn ich mir jetzt hier... Ja... Ich bin tot. Ja, und sie hat natürlich einzeln keine Chance gegen das Vieh. Der knüppelt ein paar Mal auf die einen. Okay... Hm... Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Äh... Wo war denn der Outer-Safe? Ah, genau hier vor. Perfekt. Ähm... Hm... Wie darf ich den jetzt verstehen? Ich würde mal sagen... Wir machen erst mal einen kleinen Rückzug. Ich möchte, dass der Dämon hier hinten hinkommt. Ich möchte wissen, ob ich es schaffen kann, ihn hier hinten... Nein, er kriegt... Von denen da hinten immer mehr. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal hier rund... Und mach die Wächter platt. Wenn ich dann den richtigen Charakter nehmen würde, würde das auch funktionieren. So. Ich hätte nämlich gerne ihn hier. Ja, jetzt habe ich ihn natürlich hinter mir laufen. Das ist natürlich ganz toll. Weil er braucht nur... Ich brauche nur ein paar Schläge, um die kaputt zu machen. Dessen kann ich mal gucken. Der ist natürlich immer noch voll. So. Jetzt muss der... So, wenn der jetzt... Ah, super. Jetzt kommt natürlich... Nein, du solltest den da. Ah. Natürlich, genau in meiner Attacke. Warum denn auch nicht? Ja, genau. Ja, komm. Dankeschön. Genau, als ich meine Attacke ausführen wollte. Die Wächter haben Dämonen beschworen. Unglaublich. Und meine Großmutter... Sie wusste es. Sie kämpften um ihr Leben. Wächter verbieten die Blutmarie nicht. Das ist ja richtig. Hm. Wächter verbieten die Blutmarie nicht. Was immer für den Sieg nötig ist. Ich... Ich hatte gedacht, meine Familie hätte sich besser verhalten. Aber vielleicht liegen vor uns die Antworten. Na, vielleicht ja. Hauch des Winters. Uh, was ist das denn? Raus damit! Das kann sie noch nicht verwenden, aber der ist... Strahlt Kälte aus. Kältere Skins, bloß Kälte Schaden. Hm. Der ist geil. Aus Drachenknochen. Sehr nice. Warum brauchst du die Magie 36? Ich hab sie eigentlich... Das Magie angeht ja eigentlich schon ziemlich hoch, ne? Ja, da fehlt nicht viel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, dann hat sie die Fähigkeiten noch mit Kälte. Hat sie ja die Kälte Waffen. Kälte Kegel. Und den Schneestommeln im Nächsten noch. Okay. Ähm, da müssen wir noch. Nur so zur Vorsicht. Äh, so. Toter Wichter, der hat mal was fallen gelassen. Was haben wir denn in der Rase? Graviter Silberschlüssel. Werden wir wahrscheinlich noch rauchen. Der Wichter hat auch mal was. Hm. Nun ja. Dann wollen wir mal weiter. Und das Lecken ein bisschen. Bevor wir den Kampf nochmal machen müssen. Speicher ich lieber. Yay. Toter, toter, schürfende Skelette. Ähm. So, Hammer. Hallo. So. Schön. Was? Himbeermarmelade? Was? Wie viel habe ich jetzt eigentlich von den Kodex-Einträgen? Irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt Kapitel 1. Muss ich gleich nochmal... Ausgang? Das ist aber glaube ich noch nicht richtig.